Hallo meine lieben Englisch Lernenden. In diesem Video schauen wir uns einmal an, welche Wörter ihr tatsächlich lernen müsst, um euren Wortschatz effektiv aufzubauen. Viel Spaß mit dem Video. In diesem Video sprechen wir einmal über diese Darstellung und mit dieser Darstellung möchte ich euch einmal zeigen, auf welche Wörter es tatsächlich ankommt und die ihr lernen müsst, um, ja, ich sag mal, euer Englisch auf ein sehr, sehr gutes Level zu bekommen. Und zwar nicht dadurch, dass ihr sehr viele Wörter lernt, sondern die wirklich wichtigen, relevanten Wörter. Und diese Darstellung zeigt einmal, was die wirklich relevanten Wörter sind, von unten nach oben. Also die Wörter, die sehr häufig zum Einsatz kommen im Englisch, die ihr andauernd hört und die ihr auch braucht, um, ich sag mal, möglichst alles auszusagen, bis hin zu, ne, nach oben immer erweitertere Wörter. Die Wörter werden immer seltener und die sind dann nicht mehr ganz so wichtig, ne. Das ist so die eine Stufe, die ihr verstehen müsst. Und die andere Stufe ist natürlich, wie gut beherrscht ihr diese Wörter, ne. Sind das eher unbekannte Wörter, ne, also dann befinden sie sich auf der linken Seite. Das heißt, das sind Wörter, die ihr weder verstehen könnt, noch verwenden könnt. Danach kommen sie in so euren passiven Wortschatz, ne. Das heißt, das habe ich auch mal ein Video gemacht, schaut euch das auf jeden Fall auch an. Das ist, ich sag mal, notwendig, um dieses Video auch besser zu verstehen. Das sind Wörter, die ihr zwar verstehen könnt, aber wenn ihr, ich sag mal, auf Englisch sprecht, ja, dann kommt ihr nicht auf dieses Wort, weil euch fehlt einfach die Routine darin, dieses Wort auch selber in der Sprache einzusetzen. Das heißt, ihr versteht es zwar, aber könnt es nicht anwenden. Mal kurz ein kleiner Hinweis für alle, die das Video nicht gesehen haben. Es ist ziemlich leicht, Wörter, neue Wörter in den passiven Wortschatz zu bekommen, aber es ist deutlich schwerer, dafür zu sorgen, dass diese Wörter im aktiven Wortschatz sind und ihr in der Lage seid, diese ganzen Wörter auch problemlos in Gesprächen zu verwenden. Das ist auch der Grund dafür, dass die meisten Leute Englisch zwar problemlos verstehen können, Gehörtes oder Gelesenes, aber nicht in der Lage sind, halt Englisch zu sprechen. Das liegt daran, dass diese ganzen Wörter nicht im aktiven Wortschatz drin sind und man halt auch keine Übung daran hat, diese ganzen Wörter in einem sinnvollen Kontext, ja, ich sag mal, zu formulieren. Das sind die beiden Achsen, ich sag mal, über die wir heute sprechen und was wirklich wichtig ist, ist, ja, es kommt nicht darauf an, sehr viel zu lernen beim Englischen, um wirklich gut Englisch sprechen zu können, sondern es kommt wirklich darauf an, die richtigen Dinge zu lernen, auf die richtige Art und Weise und in der richtigen Reihenfolge. Also kurz gesagt, dass ihr effektiv Englisch lernt und das wiederum bedeutet, dass ihr mit dem gleichen Zeitaufwand deutlich mehr erreicht, als wenn man es halt nicht effektiv macht. Und das hat zwei große Vorteile. Der erste Punkt ist, man spart eine Menge Zeit, wenn man den effektiven Weg geht. Und der zweite Punkt ist halt, und den finde ich aus meiner Sicht auch noch viel wichtiger ist, ist, dass man halt viel motivierter dran bleibt, wenn man eben einen starken Fortschritt sieht von Woche zu Woche, als wenn man die ganze Zeit irgendwas macht, völlig planlos und einfach keinen Fortschritt sieht. Das ist doch klar, dass man dann keine Lust hat. Das nochmal so am Rande. Gehen wir aber jetzt mal so auf die erste Stufe ein, die man erreichen sollte. Und das sind die wichtigsten 800 Wörter, die am häufigsten in der englischen Sprache halt vorkommen. Da solltet ihr euch auf jeden Fall darauf fokussieren. Und das beinhaltet alle Wortarten, also nicht nur irgendwelche Nomen, also Gegenstände nach Themen sortiert, wie es halt die meisten auch lernen und nicht wirklich nach vorne kommen, sondern vor allem auch Adjektive, Verben, ganz wichtiger Punkt Verben. Ich sehe das immer wieder, wenn jetzt zum Beispiel meine Teilnehmer, meine Coaching-Teilnehmer die Erstanalyse machen. In den Verben, gerade bei den regelmäßigen, schneiden die super schlecht ab und genau die braucht ihr, um euch auch super verständigen zu können. Also Fakt, konzentriert euch auf die wichtigsten 800 Wörter, die andauernd vorkommen, denn damit könnt ihr bereits schon 60% der Alltagsenglisch-Inhalte verstehen, egal ob ihr es jetzt hört oder lest, als auch 75% von dem, was ihr ausdrücken wollt, sprechen. Ihr werdet immer besser darin sein, mit weniger Wörtern zu sprechen als zu verstehen, denn ihr könnt ja selber beeinflussen, welche Wörter ihr beim Sprechen einsetzt und welche nicht. Beim Verstehen ist es immer abhängig davon, welche Wörter der andere verwendet. Und schaut euch auf jeden Fall nochmal das Video an, passiver versus aktiver Wortschatz. So, und der eine Punkt ist halt, ihr werdet gar nicht mehr so viele Wörter lernen müssen, weil ihr werdet, wenn ihr auf einem, ich sag mal, halbwegs guten Niveau seid, gute Grundkenntnisse habt im Englischen, ja, werdet ihr wahrscheinlich so 600 schon kennen. Das heißt, ihr werdet so vielleicht 200 bis 300 Wörter hier noch lernen müssen und dann habt ihr dieses Level erreicht, womit ihr schon sehr, sehr viel verstehen könnt, womit ihr schon sehr, sehr viel ausdrücken könnt, ja. Und danach, wenn ihr das gemacht habt, ja, konzentriert euch immer erst auf den passiven Wortschatz, den aufzubauen und danach geht ins Aktive rein, damit ihr die Sachen auch, ja, ich sag mal, verwenden könnt. Super wichtig, lernt nicht nur, baut nicht nur euren passiven Wortschatz auf, sondern sorgt dafür, dass ihr diese Wörter auch selber einsetzen könnt. Die nächste Stufe, die ihr dann erreichen werdet, ist, dass ihr die wichtigsten 1500 Wörter, ne, verstehen und auch verwenden könnt in aktiven Gesprächen. Und hier werdet ihr merken, dass, also ihr seht, es fehlen hier nochmal 700 Wörter, ne, um auf diese 1500 zu kommen und ihr werdet hier aus zwei Gründen merken, dass ihr nicht mehr ganz so einen großen Fortschritt machen werdet, beziehungsweise auch mehr dafür tun müsst. Zum einen kennt ihr in diesem Bereich nicht ganz so viele Wörter, also ihr werdet höchstwahrscheinlich sehr viel mehr Wörter lernen müssen, um diese nächste Stufe erreichen zu können. Und b, diese Wörter sind nicht mehr ganz so relevant, die kommen nicht mehr so häufig vor, ihr braucht sie auch nicht und das ist auch der Grund, warum man sich hier nicht mehr um 60% verbessert, sondern nur noch um 20, ne, beim Verstehen. Beim aktiven Sprechen verbessert man sich hier auch nochmal so um 15%, ne, und nicht 75%. Ihr seht, das ist, ne, ein nicht so großer Fortschritt wie den, den ihr vorher machen könnt. Deswegen konzentriert euch, wie gesagt, zuerst auf diese untere Basis, weil die ist perfekt, ne, da macht ihr, baut ihr euch ein richtig starkes Fundament auf und macht nur im nächsten Schritt dann die nächste Stufe. Falls ihr übrigens wissen wollt, wie ihr an die Wörter kommt, viele von euch kennen ja mein Lernmaterial nicht, das ist in der Videobeschreibung verlinkt, das sind Wörter, die könnt ihr dann nach Wortarten, was auch immer ihr da braucht. Die meisten haben Probleme mit den regelmäßigen Verben, ne, dann könnt ihr euch das herunterladen, genau das filtern, was ihr noch nicht könnt und was super wichtig ist und genau das lernen. Ich mache jetzt übrigens gerade auch einen Kurs zum Thema, wie man mit Anki sich auf effektive Art und Weise seinen Wortschatz aufbaut, welche Lernstrategien man zum Vokabellernen verwendet und genau dieser Kurs kommt im Juli heraus. Und da werden dann auch die ganzen Vokabeln dabei sein, die ihr braucht, um dieses Level zu erreichen und dann könnt ihr direkt, ne, mit dem Kurs, dem Programm und dem Wissen, wie man das macht, loslegen, euer Wortschatz halt auch aufzubauen, ne. Und das sind die Stufen, die ihr erreichen müsst, ne, sehr relevante Wörter und danach relevante, ne. Der zweite, die zweite Stufe ist nicht mehr ganz so effektiv wie die erste, aber die solltet ihr auf jeden Fall auch mitnehmen, um sicher Englisch sprechen zu können. Das ist ja auch das Ziel auf diesem Kanal, dass ihr in der Lage seid, beruflich oder privat sicher Englisch sprechen zu können, dass das keine Probleme mehr bereitet. Und, ähm, klar kann man, wenn man diese Stufe erreicht hat, immer noch, ne, ähm, noch besser sprechen mit noch mehr Wörtern, Synonyme verwenden noch, ich sag mal, und noch, noch, äh, blumiger klingen, noch schneller sprechen, ja. Aber es muss nicht sein, so. Das ist ein super guter Meilenstein, den man mal, äh, erreichen kann und danach kann man immer noch gucken, wie es weitergeht. Deswegen sagen wir auch hier zum Beispiel beim Coaching-Programm, erreichen wir diese beiden Stufen, das ist das Ziel und, ähm, wichtiger ist, dass man in der Lage ist, diese Sachen aktiv einzusetzen, weil das ist nochmal deutlich schwerer, als diese ganzen Wörter, nur diesen passiven Wortschatz reinzubekommen. Passiver Wortschatz, ihr habt es in dem letzten Video gesehen, das geht recht schnell, aber sie in den aktiven Wortschatz reinzubekommen, ja, das bedarf halt wirklich viel Übung und vielleicht gehe ich auf das Thema auch mal auf diesem YouTube-Kanal hier ein und das ist das, worauf ihr euch auf jeden Fall konzentrieren müsst. Ihr seht ja auch, um die nächste Stufe zu erreichen, bedarf es an tausend weiteren Wörtern, so. Und von diesen tausend Wörtern werdet ihr wahrscheinlich auch die meisten lernen müssen, weil, ähm, die halt so selten vorkommen und es verbessert euer Verständnis und euer aktives Sprechen nur um ein paar Prozent. Wenn überhaupt, empfehle ich, ja, wenn man wirklich sagt, ich habe jetzt Zeit zu viel, ja, dann lernt das passiv, aber aktiv, das ist der Wahnsinn, das zu trainieren. So, und, ähm, klar kann man jetzt sagen, gut, ne, ich verstehe, dass es wichtig ist, dass man sich auf die anderen Sachen konzentrieren muss, aber es schadet ja nicht, wenn man es kann, das auch noch on top zu machen, ne, das ist ja so dieser Perfektionismus-Gedanke, aber da sage ich ganz ehrlich, anstatt, ähm, anstatt den drei- oder vierfachen Zeitaufwand reinzustecken, um die letzte Stufe zu trainieren im Vergleich zu den anderen beiden, ja, lernt dann lieber mehr im Bereich Grammatik, macht mehr Sprechtrainings und sorgt dafür, dass auch durch diese ganzen Übungen, ne, durch das Training euer Englisch besser wird, weil das eine ist ja, man lernt Dinge, ne, wie zum Beispiel Vokabel und Grammatik und das andere ist, man trainiert Dinge, ne, man kann ja nicht dadurch, dass man nur Vokabeln gelernt hat, auf einmal Englisch sprechen und genau solche Sachen müsst ihr lernen herauszunehmen, ne, für den Anfang und konzentriere euch immer auf die wichtigsten Sachen zuerst und, ähm, ja, nur mal so am Rande, wenn ihr dann irgendwann 90% verstehen wollt, das ist jetzt hier nicht auf der Grafik, äh, ist jetzt hier nicht dargestellt, aber nur mal so für euch, äh, gut to know, ähm, braucht ihr 5.500 Wörter und um wirklich 95% verstehen zu können, braucht ihr 12.500 Wörter. Ihr seht also, diesen Anspruch daran zu haben, alles können zu wollen, ja, das ist völliger Irrsinn. Konzentriert euch einfach darauf, ähm, auf die wichtigsten Sachen und darauf, dass ihr in kurzer Zeit riesen Lernfortschritte macht und dass in den ersten Wochen sich euer Englisch um ein Vielfaches verbessert, weil ich sag euch, wie es ist, wenn ihr das eben nicht macht, werdet ihr keine Lust haben, daran zu bleiben und, ähm, blockt euch Zeit täglich und macht die richtigen Dinge auf die richtige Art und Weise in der richtigen Reihenfolge. Das ist nochmal so mein Schlusssatz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr dieser Art zu verpassen. Ihr seht, ich beschäftige mich sehr intensiv mit den Themen Lernstrategien, wie lerne ich, wann lerne ich, in welcher Reihenfolge mache ich das, wie organisiere ich das, weil das halt auch der Weg ist, um das Ziel zu erreichen. So, und ich mache diesen ganzen Spaß ja nicht nur auf YouTube, sondern ich baue auch gerade Kurse. Ich habe ein Coaching-Programm am Laufen, das heißt, ich sehe auch in der Praxis, wie sich die Teilnehmer entwickeln, wenn sie diese Strategien umsetzen. Und, ähm, ihr könnt mir tatsächlich glauben, dass, ähm, das wirklich etwas ist, was euch nach vorne bringt, ne? Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer English Coach.